Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorlesung Programmieren für Ingenieure, jetzt im Wintersemester 2020, 2021. Sie werden dort lernen, wie man wirklich moderne technisch-wissenschaftliche Programme macht. Die Vorlesung besteht eigentlich aus zwei Teilen, nämlich Programmieren für Ingenieure 1 im Winter, Programmieren für Ingenieure 2 im Sommer. Und hier will ich Sie eigentlich hinhaben. Sie wissen vielleicht, dass wir das freie, finite Elemente Rechenprogramm Z88 entwickeln, bei unserem Lehrstuhl seit rund zehn Jahren. Und zwar Z88 Aurora V5 ist die aktuelle Version und genau da will ich Sie hinhaben, dass Sie sowas, was jetzt alles kommt, irgendwann selbst programmieren können. Okay, wir öffnen mal eine Datei. Und Sie sehen, wir haben jetzt hier einen mehr oder weniger schicken Kolben der Firma Audi, hoffentlich nicht am Dieselbetrug beteiligt. Und wir haben hier auch etwas ganz Besonderes, die Spider-Help. Hier dran sieht man sozusagen sofort, was ist schon gemacht, was ist erledigt, was muss noch gemacht werden. Gleichungslöser, okay. Wir wählen mal den Padiso mit Beschleunigung. Dadurch braucht er doppelt so viel Speicher, rechnet aber über den Daumen nochmal doppelt so schnell. Und der ist schon wahnsinnig schnell, denn wir arbeiten wirklich mit allen CPUs, die ein Prozessor auf dem PC hat. Was heißt PC? Wir bieten das Z88 an für Windows-PC, für Macs und für Computer mit Linux. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, das für alle drei wichtigen Betriebssysteme anzubieten. Das macht die Sache intern noch etwas komplizierter, aber dadurch kann man auch viel besser testen, denn Probleme, die vielleicht bei Windows nicht hochschwappen, kommen dann auf einmal auf Mac rüber und umgekehrt. Das ist immer eine sehr gute Idee, wenn man eine wirklich gute Software entwickeln will, wenn man das für mehrere Betriebssysteme macht. Wir haben jetzt hier unseren Kolben und jetzt soll er mal rechnen. Wir werden jetzt mit sämtlichen CPUs arbeiten, denn so eine FE-Rechnung, das ist doch eine relativ aufwendige Angelegenheit. Das Besondere an unserem Programm ist, es ist Speicher selbst suchen. Den Trick habe ich mir mal ausgedacht. Er geht erst in den Testmodus, stellt fest, wie viel Speicher er braucht. Jetzt ist er bereits im Rechenmodus und er sollte in wenigen Sekunden fertig sein. Was Sie hier sehen, ist ein hundsgewöhnlicher Laptop, der schon zwei, drei Jahre alt ist. Also nichts Tiefsinniges. Er hat gerechnet, jetzt können wir uns gleich mal die Ergebnisse angucken. So, wir haben hier unseren Kolben, die Gesamtverschiebungen, hier grafisch dargestellt. Nebenbei auch diese Schrift hier, die Sie hier sehen, diese Buchstaben, Ziffern, die habe ich mal selbst entwarfen. Das kommt in Computertechnik 2, wie man zum Beispiel hier solche Bitmap-Fonds, wie man sowas selber macht. Oder auch Vektor-Fonds. Kommt dort alles. Spannung in den Ecknoten, das ist ein Zeichen für die, Maßstab für die Belastung. Und man kann sich vorstellen, dass die höchste Belastung so im Dieselkolben tatsächlich auch hier vorkommt. Alles in bester Ordnung. Wir haben hier verschiedene Darstellungen. Warum man die hat, das führt jetzt ein bisschen weit. Das ist wieder ein Thema für die finite Elemente-Vorlesung. Mir ging es einfach darum, dass Sie sehen, wie mache ich wirklich so eine moderne, hochwertige Berechnungssoftware in Wissenschaft und Technik. Und dazu braucht es nicht unerheblicher Vorarbeiten. Wir fangen deswegen im Winter jetzt auch an mit sogenannten Konsolprogrammen. Das sind also Programme, die praktisch nur in einem Fenster laufen. Sie können Werte über die Tastatur oder über Dateien eingeben. Und Sie können dann Rechenergebnisse über den Bildschirm anzeigen oder auch wieder in Dateien schreiben. Aber hier so flotte Grafik und so, das geht noch gar nicht. Das machen wir im Sommersemester. Weil wir jetzt erst den Unterbau brauchen, das Fundament praktisch aus der Konsolprogrammierung. Und da werden wir jetzt in Bälde einsteigen. Ja, meine Damen und Herren, zur Motivation habe ich Ihnen ja schon einiges gesagt. Wir leben ja, wie Sie wissen, zumindest von unserer Bundesregierung, im Zeitalter der Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet nicht, ein bisschen auf dem Handy hin und her zu wischen, wie das immer so schön dargestellt wird in den Medien. Oder ein Tablett hin und her zu schieben. Sondern tiefsinnig programmieren zu können. Das ist in Wahrheit harte Arbeit. Sie brauchen sehr viel Übung. Und bis Sie soweit sind, dass Sie annäherungsweise so ein Programm programmieren können, wie das Z88. Dazu brauchen Sie Jahre an Übungen, Erfahrung. Aber jeder muss mal anfangen. Und Sie fangen jetzt an. Heute. Denn Sie werden es noch sehr, sehr gut brauchen können. Praktisch 50% der Wertschöpfung an modernen Maschinen sind heute Hard- und Software. Autos sind rollende Computer in Wirklichkeit, die selbst bei einfachen Autos ein Dutzend oder mehr Mikrocontroller haben, die alles mögliche im Auto steuern. Und auch wenn Sie das später vielleicht nicht alles direkt programmieren, müssen Sie wenigstens eine Ahnung haben, wie sowas gemacht wird, wie die Fachleute an das Ganze drangehen. Was es für Prozessoren, Mikrocontroller-Typen überhaupt gibt, was vielleicht das Passende hier wäre, wie man das Problem auch effenbar anders angehen könnte. Moderne Flugzeuge sind auch fast fliegende Computer. Ob das für die Sicherheit immer das Richtige ist, sei, wie man gerade an der Boeing 737 mit dem MCAS-System gesehen hat, vielleicht ein bisschen fragwürdige Angelegenheit. Aber Fakt ist eins, moderne Computerchips sind programmierend, das ist Hightech. Ein Auto zu bauen, einfach nur die Mechanik, das ist nicht, wie es immer in Deutschland dargestellt wird. Hightech, das ist bestenfalls mal Mitteltech. Mehr ist das nicht in Wirklichkeit. Hightech sind Flugzeuge, Raketen, Software, Computerchips. Auf diesem ganzen Gebiet sind wir nicht so sehr bewandert. Tun Sie sich den Gefallen und steigen Sie mit mir hier ein. Ich verspreche Ihnen eins, wenn Sie hier Programmieren für Ingenieure eins mit mir durchziehen und üben auch selbst daheim am Computer gründlich. Dann haben Sie nach einem halben Jahr schon ein wirklich gutes Rüstzeug, um Dinge angehen zu können. Aber ohne Ihre eigene Mitarbeit wird das Ganze nicht funktionieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und es wird harte Arbeit sein. Ich denke, Sie sind jetzt motiviert. Ich werde Ihnen gleich einen kleinen Hardware-Überblick geben. Und zwar erstmal die Historie. Das ist noch relativ vergnüglich. Aber je weiter wir in die Neuzeit kommen, umso mehr ist das Ganze auch relevant für das Programmieren wieder selber. Damit Sie wissen, was ist ein 8-Bit-Prozessor, ein 16-Bit-Prozessor, ein 32-Bit-Prozessor. Also warum gibt es diese Unterschiede? Für was ist das jeweils geeignet? Und dergleichen mehr. Tja, und dann gibt es nur eine einzige Sprache, die jeder Prozessor der Welt überhaupt versteht. Und diese Sprache heißt Assembler. Jetzt hat jeder Prozessor seinen eigenen Maschinencode, beziehungsweise Assembler. Und wir machen das im Beispiel von dem 80386 mit dem Intel, der vor 25 Jahren rausgekommen ist. Jetzt werden Sie wahrscheinlich, oder besser gesagt 35 Jahren, nämlich etwa Mitte der 80er Jahre. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, was will ich denn mit so einem steinalten Prozessor, warum soll ich da irgendwie lernen, wie das geht? Die Antwort ist ganz einfach. Fast alle Windows-Programme heute, im Jahr des Herrn 2020, sind in Wirklichkeit 80386 Assembler-Code, Maschinencode. Das ist tatsächlich so, denn es gibt, das sind alles 32-Bit-Programme, das ist ein 32-Bit-Prozessor. Und es gibt eigentlich heute, bis heute relativ wenig 64-Bit-Programme, die wirklich die 64-Bit-Fähigkeiten moderner Prozessor nutzen. Eins davon ist unser Z888 Aurora. Das ist ein echtes 64-Bit-Programm, das auch noch mit allen CPUs rechnen kann, wie Sie gehört haben. Für das grundlegende Verständnis ist Assembler unglaublich wichtig. Ich selbst habe im Jahre des Herrn 1976 an der damaligen Technischen Hochschule Darmstadt einen zweiwöchigen FATRAN-Kurs gehabt. Genauer genommen FATRAN 4, auch FATRAN 66 genannt. Das ist aus heutiger Sicht eine archaische Programmiersprache, die nicht mal Strings und Zeichenketten kannte. Das Programmieren war eine äußerst hatleibige Angelegenheit. Und viele Konzepte, die in FATRAN auch bis heute sind oder in allen Sprachen, auch in C, C++, habe ich gar nicht wirklich verstanden. Und ich bin heute überzeugt, auch der Dozent, der das damals machte, der wusste es in Wahrheit auch nicht tiefsinnig. Ich habe zum Beispiel nie kapiert, wie Parameter wirklich von dem Haupt- an Unterprogramm übergeben wurden. Das hat er auch nie richtig erklärt. Ich glaube, er wusste es eben selber nicht. Erst seitdem ich Assembler-Programmieren gelernt habe, ist mir das alles vollkommen klar geworden, warum Sprachkonzepte in den verschiedenen Computersprachen so und so und nicht anders sind, wie eben der Datentransfer erfolgt und dergleichen. Ich halte das nach wie vor für extrem wichtig, wenn man dann in höhere Programmiersprachen einsteigen will. Dieses Grundverständnis, was der Prozessor überhaupt macht, das werden Sie doch gut brauchen können. Auch wenn Sie später mal nicht unbedingt einen Assembler programmieren, aber wir werden mal ein paar Vorlesungen dazu machen, damit Sie sehen, wie denkt Ihr Prozessor in Ihrem Computer und wie kann man den beeinflussen. Das machen wir also da und das ist eben, obwohl das uralt ist, bis heute top aktuell, diese 80386-Struktur. Den Großteil der Vorlesungen werden wir mit der Computersprache C verbringen. Die heißt einfach nur C. Auch das ist eine recht alte Sprache, die ist um 1970 herum entwickelt worden, also auch schon 50 Jahre alt. Es ist nach allen möglichen Erhebungen immer noch mit die meistgenutzte Proputersprache der Welt. Und zwar aus vielen Gründen, die Sie noch sehen werden. Es gibt unendlich viele Computersprachen, also bestimmt hunderte. Eine wirkliche Universalsprache, mit der Sie alles machen können, gibt es eigentlich nicht. Aber C kommt diesem Ideal relativ nah. Das heißt, Sie können sie in Wirklichkeit, ist es keine Hochsprache. Das steht immer in allen möglichen Büchern. Es ist keine Hochsprache. Es ist in Wahrheit ein portabler Assembler. Deswegen schließt das unmittelbar und logisch an das hier an. Das ist ein portabler Assembler, der nicht mehr prozessorabhängig ist. Damit kann man schon viel, viel flotter und angenehmer programmieren. Und zum Beispiel unser Z88 Aurora ist komplett in C entwickelt. Nicht C++, in C. Nachdem wir das haben, und damit haben Sie wirklich eine Computersprache, mit der Sie sehr viel anfangen können, weil es nämlich auch die Mutter für viele andere Sprachen ist. Wie zum Beispiel Z++, für C Sharp, für Java oder Java, wie immer Sie es aussprechen wollen. Auch zum Beispiel Perl, was wir dann machen werden, da machen wir einen kleinen Ausflug hin, hat sehr viele Sprachelemente aus C übernommen. Perl ist eine Interpretersprache, die sehr, sehr geeignet ist für, sagen wir mal, Data Mining, was man heute so schön sagt. Also gerade, wenn Sie sozusagen große Dateien auswerten wollen, durchsuchen wollen, auch das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Das machen wir dann hier. Ich wiederhole nochmal. Wir befassen uns also jetzt im Wintersemester mit drei Dingen. Erstmal so zwei, drei, vier Vorlesungen mit 8036 nach Gesempler für das Grundverständnis. Dann den größten Teil des Semesters mit der C-Programmierung. Und anschließend nochmal so zwei, drei Doppelstunden Perl. Und dann sind Sie eigentlich, könnte man vorsichtig sagen, durchgesteilt. Ich werde da noch etwas, gerade für die Online-Vorlesung, etwas Bonus-Material spendieren. Und zwar programmieren von 386 Microcontrollern, wie sie zum Beispiel im Arduino eingesetzt werden. Lachen Sie hier nicht, das ist kein Spielprojekt. Das sind ausgewachsene Microcontroller, diese Dinger hier. Allein die Beschreibung der Firma Microchap umfasst für so einen Prozessor über 600 Seiten, damit Sie mal eine lose Idee haben. Okay, dann werden wir uns jetzt mal kurz ein bisschen mit der Hardware befassen. Das erste wird jetzt noch so mehr oder weniger vergnüglich sein, aber dann wird es immer mehr auch sozusagen spannender werden, weil es direkt wieder die Programmierung betreffen wird. Also, der erste digitale Computer, und zwar der Welt, der ist in Deutschland entwickelt worden. Das wissen die wenigsten. Das kommt natürlich alles durch diesen unseligen Krieg in Wirklichkeit. Und zwar die Zuse, Zuse Z3, 1941 ist die entwickelt worden, und zwar von dem Bauingenieur Konrad Zuse. Warum der das gemacht hat, ist relativ einfach. Sie als angehende Ingenieure wissen, gerade technische Mechanik, das ist ja ein Horrorfach für alle Maschinenbauer, Bauingenieure, und artverwandte Studiengänge, und Sie wissen, statische Berechnungen, besonders wenn es um statisch überbestimmte Strukturen geht, das kann stunden- und tagelange zu Fußberechnungen bedeuten. Und Sie müssen bedenken, 1941 war auch noch kein Taschenrechner erfunden. Der Zuse hat diese ersten Computer entwickelt, um sozusagen sich selbst als Bauingenieur das Leben leichter zu machen. Das war nicht der wahre Grund. Und der erste, der wirklich richtig digital gearbeitet hat, war die Z3. Natürlich gab es auch eine Z1 und eine Z2. Die hatte hier 2000 Relais, weil mit einem Relais, das ist ein elektronischer Schalter. Der kann ein oder aus sein. Und das bedeutet in der Digitaltechnik null oder eins. Und das Besondere war, der Zuse war so visionär, dass er bereits binäre Gleitkomma-Arithmetik hier realisiert hat. Das ganze Ding rechnete binär und sozusagen dual, wie man das bis heute eigentlich macht. Und es gab auch schon ein richtiges Rechenprogramm. Das war in einem Lochstreifen gelocht, und zwar war das ein Kinofilm. Da war das gespeichert. Die Besonderheit war, das Programm konnte noch nicht verzweigen. Also das konnte noch nicht selbst entscheiden, wenn die Zahl größer ist als der, der Grenzwert, dann macht das und das und im anderen Falle das. Das konnte er noch nicht. Die erste Maschine ist bei einem Bombenangriff zerstört worden. Die wurde dann wieder rekonstruiert, aufgebaut, steht im Deutschen Museum. Es haben eben nicht die Amerikaner erfunden, wie man immer so sagt. Es gibt manchmal aber Entwicklungen, die liegen in der Luft. Die Amerikaner haben relativ zeitgleich auch an solchen Sachen gebastelt. Und die erste Maschine, die gebaut wurde, war die Harvard Mark I. Die war von der Universität Harvard und IBM gemeinsam entwickelt. Hier oben sind sie auch, steht es auch, IBM oder auf Englisch IBM, das können Sie sich raussuchen. Das Besondere war, dass die Maschine dezimal rechnet. Nicht dual. Das ist eigentlich viel zu umständlich in Wirklichkeit. Gedanklich waren die Amerikaner also weit hinterm Zuse zurück. Das ist ein historischer Fakt. Weil dezimales Rechnen mit Computern ist unglaublich aufwendig. Das kann man, aber das ist eigentlich Unfug, wie die Amerikaner so sind. Ein Riesenkoloss natürlich gleich. Über 700.000 Einzelteile, 80 Kilometer Kabel, 3000 Kugellager. Eine Division dauerte etwa 11 Sekunden. Als nächstes, das war ein Einzelstück. Als nächstes haben die Amerikaner den ENJEC entwickelt. ENJEC steht für Electronic Numerical Integrator and Computer. 1946 und zwar für das amerikanische Militär. Den hat man extra dafür entworfen und zwar um Geschosstafeln, also ballistische Tafeln, für die US-Armee zu berechnen, weil, ich weiß nicht inwieweit sich da auskennen, Geschossbahn, ballistische Kurven folgen ja sozusagen der Physik. Je nachdem unter welchem Winkel das Rohr angestellt wird, also das Kanonenrohr, fliegt dann das Geschoss eine ballistische Bahn. Jetzt haben sie noch Seitenwind und ähnliches und um das alles einzuberechnen, wenn man ein Ziel treffen will, dazu braucht man sogenannte Geschosstafeln. Und um die zu berechnen, was auch sehr aufwendig ist, dafür hat man dieses Ding entworfen. Der rechnete schon mit Elektronengeschwindigkeit, denn der Bestand aus 18.000, in Worten 18.000, sind Elektronenröhren und 1.500 Relais. Auch eine Elektronenröhre können Sie als elektronischen Schalter verwenden. 0,1. Streng genommen schaltet man zwei Röhren zusammen zu einem sogenannten Flip-Flop, aber das sind Spezialitäten, die Sie nicht mehr wissen, brauchen. Und Sie schalten jetzt mit Elektronengeschwindigkeit, wohingegen eben bei der Z3 und beim Mark I noch mit Relais geschaltet wird, also elektrischen, nicht elektronischen Schaltern, die natürlich viel langsamer sind. Der Stromverbrauch war doch schon 150 Kilowattstunden. Wenn Sie bedenken, ein modernes Einfamilienhaus, können Sie vielleicht mit 25 oder 30 kW heizen. Das heißt, dass der Stromverbrauch Heizbedarf von fünf Einfamilienhäusern, wie auch immer, programmiert hat man den, indem direkt das Programm verdrahtet wurde, wirklich über Drähte, über Kabel, die hier gesteckt wurden, wie Sie sehen. Das heißt, dieses Programm konnte auch nur starr durchlaufen, ohne eigene Verzweigungen. Aber es rechnete eben schon mit Elektronengeschwindigkeit. Eine Multiplikation dauerte nur noch 2,8 Millisekunden. Und immerhin war dieser Vogel fast zehn Jahre in Betrieb, 1955. Und wurde sozusagen dann übertroffen von der IBM SSEC. Sie werden jetzt relativ oft den Namen IBM hören. Das liegt daran, dass die IBM tatsächlich Pionier auf diesem Gebiet war und unglaublich viele Entwicklungen gemacht hat in der Computertechnik, die bis heute nachwirken. Diese SSEC steht für Selective Sequence Electronic Calculator. Die war jetzt was Neues. Die arbeitet nämlich nach dem von Neumann Prinzip. Von Neumann war ein, eigentlich, ja, der stammte eigentlich aus Ungarn. John von Neumann, und hatte die geniale Idee, dass im Hauptspeicher des Computers nicht nur die Daten gehalten werden, sondern auch das Programm selbst. Das Programm selbst steht im Hauptspeicher. Denn nur damit können Sie auf einmal verzweigen. Nämlich wenn, dann. Und das ist natürlich eine absolute Grundbedingung für jedes halbwegs wirklich brauchbare Rechenprogramm, das sozusagen auch Entscheidungen treffen soll. Und das konnte weder die Z3 noch die Harvard, Mark I, noch der Enyaq. Und damit hat man eigentlich das Konzept gehabt für die Computer, wie man sie heute eigentlich kennt. Auch die SSEC bestand aus 12.500 Röhren, 21.400 Relais, wurde 1948 gebaut. Und diese ganzen Maschinen, die wir bis jetzt erwähnt haben, das waren alles Unikate, also Einzelstücke. Das änderte sich dann, auch 1948, denn da hat die IBM, schon wieder die IBM, den ersten in Serie gebauten Computer vorgestellt. Und zwar die IBM 604. Die bestand aus nur 1.400 Röhren und die konnte maximal 40 Programmschritte ausführen. Aus heutiger Sicht kann jeder 5 Euro Taschenrechner mehr. Aber die Marktforscher, die schätzten damals einen Bedarf von 75 Maschinen. Weil man konnte sich einfach nicht vorstellen, was man außerhalb der Wissenschaft und des Militärs mit einem Computer anfangen soll. Verkauft wurden aber über 5.600 Stück. Und 1975 waren immerhin noch über 400 Maschinen in Betrieb. Das heißt, die müssen sehr stabil und langlebig gewesen sein. Sie haben gesehen, dass man als Schaltelemente bis dato Elektronenröhren verwendet hat, wie man so aus Radiogeräten und Fernsehgeräten kannte. Die haben natürlich das Riesenproblem, dass sie auch sehr groß sind, durch den Glaskolben und die sehr filigranen Strukturen, natürlich auch sehr empfindlich in Wirklichkeit. Und die glühende Kathode hier drin braucht natürlich viel Strom und vor allen Dingen verbraucht die sich mit der Zeit. Oder sie brennt auch durch, je nach Lage der Dinge mal und dann fällt das ganze Schaltelement aus. Man hat dann aber 1947 schon den ersten Transistor entwickelt. Das war eine solche bahnbrechende Erfindung, dass es dafür sogar für die drei Amerikaner, Badin, Schockley und Breiten, den Nobelpreis gegeben hat. Das hier sind alles relativ kräftige Transistoren, die also wahrscheinlich als Verstärker benutzt werden. Genauso wie man Elektronenröhren zum Verstärken benutzen kann, kann man das auch mit Transistoren. Und man kann es als zweites als Schaltelemente verwenden. Die eigentlichen Transistoren, die man in Computern verwendet hat, waren viel, viel kleiner wie die hier. Aber generell ist der Transistor ein Halbleiter-Bauelement, braucht sehr, sehr wenig Strom, hat eine fast unbegrenzte Lebensdauer. Und natürlich eine sehr geringe Baugröße. Das ist natürlich für einen Computer außerordentlich geeignet. Und 1958 hat man den ersten integrierten Schaltkreis entwickelt. Das heißt, man hat auf einem Germanium-Substrat zwei Transistoren untergebracht und sozusagen mit Goldträhten verbunden. Man nennt das ein IC, ein Integrated Circuit. Das ist in dem Fall hier auch ein Flip-Flop, also typisch für ein Computerschaltelement. Und das wurde entwickelt bei Texas Instruments. Texas Instruments ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Halbleiterhersteller in den USA. Ihnen als Studenten ist er bekannt für seine Taschenrechner. Aber ich glaube, das ist nur wahrscheinlich so ein Hobby oder ein Spleen vom Vorsitzenden oder vom Firmeninhaber. Denn in Wahrheit stellen die sehr, sehr schnelle Signalprozessoren her. Fertigen auch relativ viel für das amerikanische Militär. Relativ große Firma. Die haben den ersten IC entwickelt. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Jetzt konnte man viel kleinere Schaltkreise machen wie bisher möglich. Ein halbes Jahr später hat Robert Neuss bei Fairchild Semiconductor den ersten monolithischen integrierten Schaltkreis. Hier sehen Sie sowas entwickelt. Damit konnte man noch viel kleinere Schaltkreise bauen. Der Name Neuss ist insofern bemerkenswert, weil Neuss war 1948 einer der Mitbegründer von Intel. Der hat sich dann sozusagen gleich selbstständig gemacht. Es wird heute lange drum gestritten, wer sozusagen den wirklich den ersten IC oder Schaltkreis entwickelt hat. Ob das jetzt nun der Neuss war oder der Kilby bei Texas Instruments. Mögen sich die Gelehrten und Amerikaner drum streiten. Auch das sind typische Entwicklungen, die irgendwie irgendwann mal in der Luft liegen. Die von mehreren Seiten kommen. Gehen wir mal ein paar Jahre weiter. So in die Mitte der 60er Jahre. Hier sehen Sie ein Großcomputersystem von IBM. So etwas nennt man eine Mainframe. Die sind übrigens schon modular aufgebaut. Das hier könnte vielleicht die Zentraleinheit sein. Ich bin da nicht ganz so sicher. Magnetbandeinheiten, jede Menge, wie Sie sehen. Ein Teletype, um Daten einzugeben. Vielleicht auch Zwischenergebnisse zu sehen. Das hier sieht mir nach einem Lochkartenleser aus. Und hier irgendwo wird auch ein Schnelldrucker stehen. Sie sehen hier, das ist schon ein 32-Bit-Rechner. Der hat 16 Universalregister. Mit diesen Registern werden wir noch viel zu tun haben. Was sind Register in einem Computer? Das sind praktisch auf dem Hauptprozessor Speicherplätze. Die in dem Fall jeweils 32-Bit haben. Mit denen man rechnen kann, vereinfacht mal gesagt. Und hat auch schon vier Gleitkommaregister, A64-Bit. Das braucht man nämlich für doppelte Genauigkeit bis heute. Und im Apollo-Projekt wurden nämlich etliche hier von diesem System 360 eingesetzt. Immermals Jahr 1978. Hier sehen Sie eins der Nachfolgesysteme, nämlich das Mainframe-System von IBM, das 370er-System. Auch hier hochmodular. Hier als Modell 168. Genau mit so einer Anlage hier habe ich im Winter 1978, 1979 eine Porsche-Rennwagen-Karosserie mit dem Finite Elemente-Programm Saab 4 vom Kollegen Barte berechnet. Und jetzt kommt was, bei dem Sie schmunzeln werden. Diese riesige Maschine, die damals angeblich einer der größten Rechenanlagen in Hessen sein sollte, nämlich für ungefähr 20 Millionen D-Mark damals, hatte einen Hauptspeicher von einem Megabyte. Sie haben richtig gehört. Nicht ein Gigabyte, ein Megabyte. Eigentlich unvorstellbar. Und das Saab 4 brauchte allein 700 Kilobyte davon. Das Programm Saab 4 konnte nur nachts überhaupt gestartet werden von einem Operator, weil die Maschine sonst praktisch platt war und nichts anderes mehr machen konnte. Sie sehen hier wieder Magnetbandeinheiten. Das sind Bedienerkonsolen für die Operator. Man brauchte damals extra Operator, um sowas zu bedienen. Sie konnten das nicht selbst bedienen. Das einzige, was eigentlich wirklich interessant ist, das dürften Festplatteneinheiten hier sein. Und das eigentlich Bemerkenswerte sind diese Schnelldrucker hier. Die waren elektromechanisch und das müssen Sie mal live gesehen haben. Die donnern Ihnen einen Papierstapel von 10 Zentimeter Höhe in Sekunden raus. Das ist eigentlich unglaublich. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Das sind diese typischen Computerbögen, die man zum Teil heute noch sieht, die so relativ breit und lang sind. Ansonsten, Sie sehen ein Megabyte. Hm, naja. Und wie hat man diese Computer programmiert? Mit Lochkarten. Und zwar, das ist die typische Standardlochkarte. Die hat 80 Spalten. Sie sehen hier, wenn Sie gucken, jedes Zeichen oder jeder Buchstabe entspricht einem speziellen Lochmuster. Damit hat man die Dateneingabe gemacht. Diese Karten haben Sie mit einem Kartenlocher gelocht. Und zwar standen damals in der damaligen Technischen Hochschule, heute Technische Universität. Da gab es ganze Säle und Räume, in denen stand ein Kartenlocher neben dem anderen. Und mit dem konnten Sie schön dann solche Karten lochen. Doof war, wenn Sie sich mal vertippt haben, weil wenn einmal die Löcher drin sind, dann sind die natürlich drin. Das heißt, korrigieren, war nicht. Korrigieren ging so. Einmal vertippt, Karte rausfahren, neue Karte holen, von vorne anfangen. Wie hat man die Datenausgabe gemacht? Entweder wieder über Lochkarten. Das haben dann sogenannte Lochkartenstanzer besorgt, die hier in Windeseile solche Karten gestanzt und rausgedonnert haben. Und hier oben konnten Sie an Klarschrift ablesen, was drauf ist. Oder eben mit diesen famosen Schnelldruckern. Das Ganze hat man übrigens so bis Mitte der 80er Jahre gemacht. Diese Lochkartenleser, die die Dinge eingelesen haben, die haben auch mit einer derartigen Wahnsinnsgeschwindigkeit riesige Kartenstapel automatisch eingelesen. Das muss man auch mal gesehen haben. Das ist natürlich alles Technik von hinter vorgestern. Und man musste eigentlich keine Tränen nachweinen. Jetzt sehen Sie hier einen typischen Minicomputer. Man nannte sowas damals Minicomputer. Da war eigentlich führend die Firma DEC. Steht für Digital Equipment Corporation. Längst tot. Wenn man bedenkt, dass das mal der zweitgrößte Computerhersteller der Welt war, dann ist es bemerkenswert, wie die Firma DEC durch Managementfehler vor die Wand gefahren wurde und heute nicht mehr existent ist. Die hatten solche kleineren Computer. Hier sehen Sie die sogenannte PDB-11. Ein 16-Bit, also mit 16-Bit-Prozessor. Das heißt, die Maschinenregister haben eine Breite von 16-Bit oder 2-Bit. Und eingegeben hat man die Daten hier bei Teletypes. Das englische Wort für Fernschreiber. Im Prinzip Fernschreiber. Sie haben hier getippt und auf der Rolle, Papierrolle, kam dann sozusagen raus, was Sie getippt haben. Weil die Bildschirme, wie Sie sie heute kennen, die gab es damals auch nicht oder waren unbezahlbar. Nebenbei, das Bild ist insofern historisch wertvoll. Denn hier stehend, das ist Dennis Ritchie. Der hat die Programmiersprache C erfunden, von der wir noch das ganze Semester sehr viel hören werden. Und hier ist Ken Thompson. Die beiden haben sich das Ionix-Betriebssystem entwickelt. Die beiden, und zwar bei den Bell Labs in den USA. Und so viel sei schon gesagt, Ionix ist das älteste Betriebssystem der Welt, was immer noch in Use ist. Und zwar ist es das verbreitetste überhaupt. Denn alle Handys und Tabletts laufen mit Ionix. Auch alle modernen Fernseher haben ein eingebautes Linux, was ja auch ein Ionix ist und dergleichen. Das heißt, dieses Betriebssystem ist viel, viel verbreiteter wie Windows zum Beispiel. Das ist vielen Leuten gar nicht klar. Ihr iPhone läuft mit Ionix. Und Ihr Android-Handy ganz genauso. Windows Phone ist tot, wie wir wissen. Es gibt ja nur noch die zwei, entweder Apple oder Android. Und damit hat es sich. Beides sind Ionix-Systeme. Fertig. Tabletts Ditto und eben gerade so zum Thema Internet of Things. Die haben alle dann wie im Fernsehen ein eingebautes Ionix. Auch darüber werden wir noch relativ viel jetzt im Winter hören. Denn ich werde mir den Spaß machen. Ich werde Ihnen alle Programme live vorführen. Und das werde ich mit Windows machen. Und dann, wenn mir mal danach ist, machen wir das mit Mac. Und dann machen wir es mal wieder mit Linux. Damit Sie auch gleich ein bisschen in die Handhabung dieser Betriebssysteme eingeführt werden. Weil das brauchen Sie zum Programmieren. Hilft alles nichts. Gehen wir wieder zur eigentlichen Hardware zurück. Hier sehen Sie einen modernen IC. Heute können die wirklich aus Milliarden von Transistoren bestehen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Das eigentliche Gehäuse, was Sie hier sehen, das ist eigentlich immer viel, viel größer wie der eigentliche DAI. Das hier ist der DAI, nämlich der eigentliche Silizium-Chip. Und Sie sehen winzige Drähte, die übrigens vollautomatisch mit Robotern gesetzt werden. Das kann kein Mensch mehr. Die sind eigentlich winzig klein im Vergleich zu dem eigentlichen Chip wegen den Anschlüssen. Weil irgendwie müssen Sie es ja anschließen können. Sieht von außen dann sinngemäß so aus. Das heißt, das hier ist ein sogenanntes DIL-Gehäuse. Das steht für Dual-Inline, also zwei Reihen praktisch von Anschlussbeinen. Und einfach, damit Sie das überhaupt verbauen können, ist eigentlich das Gehäuse relativ groß. Der eigentliche DAI hier drin, der ist winzig klein in Wahrheit. Das ist eigentlich bei allen ICs so. Jetzt sehen Sie hier den allerersten Microcontroller der Welt. Das ist ein 4-Bit-Microcontroller. Das heißt, die Maschinenregister haben nur 4-Bit-Breite. Das reicht aber für viele Steuerungsaufgaben. Man sollte es nicht glauben. Auch der ist wieder von Texas Instruments entwickelt worden, der TMS 1000. Und zwar hatte man den in Taschenrechnern eingesetzt. Und zwar dem SR 10. SR hießen immer früher die Taschenrechner von Texas Instruments. SR steht für Slide Rule. Also das englische Wort für Rechenschieber. Bedenken Sie, wie ich 1974 im Winter das Studium begonnen habe. Da haben wir noch mit Rechenschiebern gerechnet. Weil die moderneren Taschenrechner, die auch Sinus und Kosinus und sowas konnten, die kamen so erst 1975 überhaupt auf. Eigentlich aus heutiger Sicht unvorstellbar. Hier sehen Sie diesen Texas Instruments Taschenrechner SR 10 von 1972. Sie sehen, der kann praktisch noch nichts, außer den vier Grundrechenarten. Kann aber schon Wurzel ziehen. Kehrwert bilden, quadrieren. Schon mal gar nicht so sehr schlecht. Immerhin. Und hier sehen Sie den DAI von dem eingebauten Microcontroller. Und hier sehen Sie den ersten Mikroprozessor der Welt. Mikroprozessor, Mikrocontroller oder Mikroprozessor, Mikrocontroller, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Der Intel 4004 ist auch ein 4-Bitter. Und was ist jetzt der Unterschied Mikro- oder Mikroprozessor und Mikrocontroller? Ein Mikrocontroller ist mehr. Der ist nämlich ein Mikroprozessor plus digitale Ein- und Ausgänge. Das heißt, der kann auch digital einlesen und ausgeben. Kann gegebenenfalls auch analoge Werte einlesen, gegebenenfalls auch ausgeben. Hat einen sogenannten Watchdog meistens eingebaut. Das heißt, er überwacht sich selbst, wenn eine gewisse Zeit nichts passiert. Macht dann automatisch ein Reset und fängt wieder mit seinem Programm von vorne an. Alles Dinge, die gerade für Maschinensteuerung sehr, sehr wichtig sind. Hier haben wir jetzt mal alte und auch aktuelle Mikroprozessoren. So eine Mini-Auswahl. Es gibt unendlich viele unterschiedliche Mikroprozessoren. Hier beginnen wir mal mit dem Mikrocontroller von Texas Instruments. Registerbreite 4 Bit, 8000 Transistoren. Immerhin. 1971. Der erste Mikroprozessor, weil der ja sozusagen nicht so viel kann wie ein Mikrocontroller. 4 Bit. Hat deswegen auch weniger Transistoren. Irgendwo ganz logisch bis dahin. Auch 1971. Dann von der Firma MOS Technology, der 5602. Das ist ein 8-Bitter. 5000 Transistoren. 1975. Und was ist das Besondere an dem? Das war der Prozessor des berühmten Apple II. Auf den kommen wir noch. Der Apple II war sozusagen der Vorläufer vom IBM PC. 1910 war eigentlich der erste Personal Computer, obwohl dieser Begriff damals noch nicht existiert hat. Also wirklich der erste Computer, den man auch daheim unabhängig von diesen Großcomputeranlagen benutzen kann. Ein anderer berühmter Prozessor ist der Ciloc Z80, auch ein 8-Bitter. 1976. Der wurde in der Konkurrenz verwendet. Apple hatte schon damals sein eigenes Betriebssystem. Und es gab aber jede Menge andere 8-Bit-Computer, die liefen mit dem Betriebssystem CPM. CPM steht für Kontrollprogramm-Mikroprozessor. Und CPM arbeitete immer mit dem Z80-Mikroprozessor. Und der Gag ist, der wird noch heute sehr, sehr viel verwendet. Obwohl der Prozessor 1976 auf den Markt kam, wird der heute noch verwendet in Riesenstückzahlen. Zum Beispiel ist er in den aktuellen Taschenrechnern von Texas Instruments TI-83 und TI-84 drin. Und rechnet dort mit enormer Geschwindigkeit. Man glaubt das immer gar nicht, wenn man das sieht. Dann kommt als nächstes der Intel 8086 bzw. 8088. 16-Bit da. Das heißt, jedes Maschinenregister hat jetzt 16-Bit-Breite. Hat, wie Sie sehen, deswegen auch viel mehr Transistoren. Die Zahlen muss man sich nicht merken. Sie sollen nur sehen, wie über die Jahre die Anzahl der Transistoren angestiegen ist. Also Wahnsinn. Wir sind heute bei über 7 Milliarden Transistoren auf so einem DAI, so einem Chips. Unvorstellbar. Wie auch immer. Was ist das Besondere an dem Intel 8086? Das war der Prozessor vom IBM PC. Der IBM PC, Sie sehen, der Prozessor kam 78 auf den Markt. Der IBM PC 81. Wieso steht hier 8086, 88, 88? Das ist ganz einfach. Im IBM PC war in Wirklichkeiten 8088 verbaut. Das ist eine Sparversion vom 8086. Der hier hat 16-Bit-Maschinenregister und auch der Datenbus ist 16-Bit. Hier ist der Datenbus nur 8-Bit bereit. Das heißt, der muss praktisch, was der in einem Zug macht, muss der in zwei Schüben sozusagen in den Speicher schieben. Man könnte sagen, eine Billig-Version von dem, er ist aber völlig befehlskompatibel. Der nächste Prozessor, der eigentlich sehr, sehr leistungsfähig ist, das ist der Motorola, der MC 68000. Ist ein vollwertiger 2-Spitter, kam 1979 auf den Markt, war damals der typische Prozessor für Unix Workstations. Da wurde das sehr, sehr viel verwendet, dieser Prozessor. Und der wird auch noch heute in riesigen Stückzahlen verwendet. Praktisch jeder Laserdrucker hat so ein Ding eingebaut. Oder zum Beispiel der seit 20 Jahren gebaute Taschenrechner TI89 von Texas Instruments. Der hat auch einen MC 68000 drin. Kann man übrigens sehr schön in C programmieren, diesen Taschenrechner. Werden wir auch noch machen, hier beim Winter. Nur mal, wenn Sie dann, wenn wir mal C drin haben, dann zeige ich Ihnen mal, wie man sogar einen Taschenrechner mit C programmieren kann. Intel 80386. 32-Biter. Kam 1985 auf den Markt. Und das Besondere ist eben, was ich Ihnen schon angedeutet habe. Dieser Befehlssatz, der wird bis heute verwendet und zwar in fast allen PC-Programmen. Wenn Sie mal nachgucken, WinWord, Excel, das sind in Wahrheit, wenn man entsprechend tief reinguckt, dann sieht man, der Maschinencode ist 80386-Maschinencode. Also uralt. Und deswegen werden wir uns das auch mal vornehmen als Beispiel für eine Assembler-Programmierung. Hat nämlich den riesen Charme, können Sie an Ihrem eigenen PC oder auch Mac nachvollziehen. Denn der Witz ist, auch die Macs haben ja Intel-Prozessoren und damit können Sie das mit allen drei Betriebssystemen machen, nämlich mit Linux, mit Mac OS X oder mit Windows, weil der Prozessor sozusagen passt in allen Fällen. Deswegen habe ich das auch rausgesucht als Beispiel für Assembler-Programmierung. Ich wiederhole nochmal. Assembler-Programmierung mache ich nur mit Ihnen, dass Sie die grundlegende Arbeitsweise von einem Prozessor verstehen. Sie sollen später nicht unbedingt einen Assembler programmieren. Na, moderne Intel-Prozessoren, Sie sehen hier, das sind 64-Biter. Die werden natürlich verwendet in modernen PCs, in modernen Macs, die werden für Linux verwendet und, und, und. Da gibt es dann auch Unterschiede, spezielle Intel-Prozessoren für Workstations, für Server und dergleichen, die noch viel schneller sind, sind 64-Biter. Und der Witz ist, die ganzen Intel-Prozessoren, zum Beispiel hier dieser 64-Biter, der kann auch 32-Bit-Programme ausführen, das heißt, der kann auch diese Programme ausführen. Und der Witz ist, der kann auch diese alten Programme ausführen, 16-Bit-Programme. Das ist nämlich der Trick bei Intel-Prozessoren und das werde ich Ihnen noch genauer erläutern, warum das so ist. Die Computer-Neuzeit begann eigentlich 1975. Damals las ein Harvard-Student namens Bill Gates zusammen mit seinem Freund Paul Allen in einer Zeitschrift namens Popular Electronics über einen Kleinkomputer, genau genommen Kleinkomputer-Bausatz, und zwar den Mitz Altair 8800. Das ganz Besondere war, Bill Gates hat praktisch visionär erkannt, dass solche Kleinkomputer, dass das eigentlich die Zukunft ist, und vor allen Dingen, dass solche Kleinkomputer eigentlich nichts sind ohne eine höhere Programmiersprache, damit man komfortable Anwender-Software entwickeln kann. Weil bis dahin, bis dato, konnte man das nur eigentlich in Assembler machen und Assembler ist jetzt, um größere Rechenprogramme oder Programme wie WinWord oder Excel zu machen, halt wahnsinnig aufwendig im Prinzip. Das geht mit der höheren Programmiersprache einfach besser. Und das hat er begriffen. Die erste Programmiersprache, die die neu gegründete Firma Microsoft, denn Paul Gates und Bill Allen haben sich sofort zusammengetan, haben eine Firma namens Microsoft gegründet. Und die erste Programmiersprache, die die kleine Firma lieferte, war Basic. Steht für Beginners All Purpose Instruction Code. Und die zweite Sprache, die Microsoft liefert, war übrigens fort dran. Der Rest ist, wie Sie wissen, Geschichte. Bill Gates ist immer noch mit der reichste Mann der Welt. Hat er gut gemacht, muss man ihm lassen. Denn das Bemerkenswerte ist, er hat das Begriff 1975. In Deutschland hat man tief und fest geschlafen. Auch ich übrigens. Das Microsoft Team war, wie Sie sehen, 1978 noch relativ klein. Überschaubar. Die waren damals übrigens nicht in Seattle, wo sie heute sind, in der Geburtsstadt von Bill Gates, sondern sie waren in L.B. Kierke, aus irgendeinem Grund, den man nachlesen kann. Bill Gates, Paul Allen. Haben Sie gut gemacht. 1977 brachte ein gewisser Steve Jobs und ein gewisser Steven Wozniak einen Kleinkomputer raus, namens Apple I in Wirklichkeit. Der Apple II habe er entgegen, das war der eigentliche Verkaufshit. Die Besonderheit, der Jobs war praktisch der Kaufmann und der Wozniak, das war der Techniker. Der hat diese Kiste allein entworfen. Dieser Apple II ist übrigens bis 1993 gebaut worden, obwohl er 1977 schon rausgekommen ist. Und das Besondere ist, das war der erste wirklich brauchbare Kleinkomputer und kostete als Vorläufer des IBM PC je nach Ausstattung zwischen immerhin 3000 Merkern und 10.000 Merkern. Nach heutiger Währung vielleicht 3000 Euro, 10.000 Euro. Der hat einen 8-Bit-Prozessor gehabt, von der Firma MOS Technology, ein MOS Tech 5602. Der lief gerade mal mit einem Megahertz. Heute, wissen Sie, sind Prozessoren im Gigahertz getaktet. Typisch ist übrigens auch dieser modulare Aufbau. Also Computer mit integrierter Tastatur, externe Diskettenlaufwerke, Sie konnten auch noch ein drittes anschließen oder ein viertes, wenn Sie das wollten. Festplatten, geschweige denn SSD-Platten hatten die noch gar nicht. Bildschirm extern, man konnte auch ein Fernseher anschließen, wenn einem der Bildschirm zu teuer war. Es gab zu der Zeit auch schon den ersten Laptop, wenn man so will, sah aus wie so eine Nähmaschine in ihrem Koffer. Hatte eine Z80 CPU, von der haben wir schon gehört. Die wurde sozusagen in allem, was nicht Apple war, eingebaut. Übrigens auch heute noch eine brauchbare CPU für bestimmte Zwecke. 64 Kilobyte RAM, Microsoft Basic, das war das Besondere, WordStar. WordStar war quasi eine Art Vorläufer von WinWord. Ich habe lange mit WordStar gearbeitet, war ein sehr, sehr gutes Programm eigentlich. SuperCalc war sozusagen eine Art Vorläufer von Excel. Als Betriebssystem CPM, das war das damals vorherrschende Betriebssystem, so Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Und das Ganze für rund 1800 Dollar. Damals stand der Dollar auf 1 zu 4. Also Sie können rund über den Daumen sagen, um 7000 Merker damals. Der einzige Knaller war das hier, 1981. Und zwar, IBM brachte den IBM PC raus. Technisch gesehen war der IBM PC nichts Besonderes. Der hatte einen 16-Bit-Prozessor, einen Intel 8088, wie wir schon wissen. Ein eher abgespecktes Modell. Lief mit 4,77 MHz. Nach heutigen Begriffen, drähnend langsam. Hatte eben nur, man wollte nämlich noch alte 8-Bit sozusagen Datentechnologie nutzen und Speichertechnologie. Deswegen hat man diese abgespeckte Version in Wirklichkeit genommen. Also wie gesagt, technisch nichts Besonderes. Aber das war's. My own IBM Computer. Imagine that. Das ist das Besondere. Sie haben nämlich bisher gesehen. Deswegen habe ich Ihnen bewusst auch die Historie gezeigt. IBM. Das war der Inbegriff für Großcomputer. Riesenmaschinen. Übrigens sehr teuer, aber mit einer enormen Verlässlichkeit. Wir hatten in der Firma in den 80er Jahren eine Midrange IBM Anlage. Und da hat IBM praktisch eine Verfügbarkeit von 99,99% garantiert. Das, was Sie von einem PC kennen. Diese ständigen Abstürze. Blaue Bildschirme. Windows schmiert in einer Tour ab. Excel, Winward, unbekannt. Bei großen Computern. Wie sie von IBM kam. Auch bei uns, die IBM. Das war erst eine IBM 34, dann eine IBM 36, dann eine AS 400. Die liefen Tag und Nacht durch. Die wurden einmal im Jahr, haben die mal ein Software-Update bekommen oder eine neuere Software eingespielt. Meistens zwischen den Jahren, wenn der Firma nichts los war. Und das war's. Ansonsten liefen diese Dinger immer. Und das war das Besondere. Und dadurch war das ein ungeheurer Verkaufserfolg. Wenn Sie in der Firma damals gekommen wären, ich brauche für meine Abteilung ein Apple II, da hätte man sich schief angeguckt. Was, Apple II? Klingt blöd. Kaufen wir nicht. Aber jeder Kaufmann, jeder Geschäftsführer kannte den Namen IBM weltweit. War bei uns damals auch so, wie ich 1985 in der Firma gesagt habe, ich brauche für die Versuchsabteilung ein IBM PC. Hieß es mit Strahlensichtern, IBM natürlich. Und das ist das Besondere. Der war übrigens nicht billig. Kostete auch fast 10.000 Mark, wenn man so will. Zur damaligen Zeit. Heute fast 1 zu 1 Umrechnung, fast 10.000 Euro. Und da war noch keine Festplatte drin und gar nichts. 64 Kilobyte. So gut wie nix. Aber man konnte mit dem Ding schon wirklich sehr ernsthafte Sachen machen. Hier sehen Sie übrigens mal die Hauptplatine vom IBM PC. Hier ist das RAM, also der Schreib-Lese-Speicher, der weg ist, wenn der Strom ausfällt. Hier ist sozusagen der Urlader gespeichert in diesem ROM. ROM steht für Read-Only-Memory. Da ist der Urlader. Wenn die Platine Strom kriegt, wird ein spezielles Programm gestartet, was auf der angeschlossenen Diskette nachguckt. Ist da ein Betriebssystem drauf? Wenn ja, lade das. Wenn nein, geh hier in das sogenannte ROM-Basic. Hier starte das. Führt jetzt aber ein bisschen weit. Das ist der Hauptprozessor, der 8088. Und hier war ein leerer Steckplatz. Auf das Thema kommen wir noch. Und zwar für den 8087. Denn der 8086 bzw. sein preiswerter Bruder 8088, die können nur Integer-Rechnung, also Ganzzahl-Rechnung. Mehr können die gar nicht. Das heißt, man kann natürlich in Wahrheit jede Gleitkommaberechnung durch eine zum Teil große Folge von Ganzzahl-Berechnungen zurückführen. Über Reihenbildung und, und, und. Das ist ein Spezialthema auch in der Mathematik. Das ist natürlich dann sehr, sehr langsam. Das heißt, dieser Prozessor, der kann und konnte sehr flott, sagen wir mal, Ganzzahl-Berechnungen ausführen. Aber Gleitkommaberechnung sehr, sehr lahm. Nur mit Hilfsbibliotheken. Und deswegen konnte man hier einen 8087-Coprozessor einstecken. Der übrigens damals etwa auch 1000 Merker kostete. Und dieser Coprozessor ist spezialisiert auf Gleitkommaberechnung. Wir werden über den noch recht viel zu hören kriegen, weil den werden wir auch noch programmieren in Assembler. Wir machen dann mal ein richtiges mathematisches Rechenprogramm und werden den in Anschlag bringen. Da viele Leute sowas nicht wollten und weil es ihnen zu teuer war, war der erstmal weggelassen. Den musste man zusätzlich kaufen und hier reindrücken. Wir haben schon öfter das Watt-Betriebssystem gehört. Was ist das überhaupt? Das ist sozusagen das grundlegende Steuerprogramm in einem Computer. Sie haben hier die Hardware. Die eigentliche Computerhardware, wie Sie gerade eben gesagt haben, das ist, wenn man ehrlich ist, ein Haufen Elektronikschrott. Der kann nichts. Auf der anderen Seite haben Sie Anwendungsprogramme. CAD-Programm, Finite Elemente-Programm, WinWord, Excel, Spiele, E-Mail, Internet, was immer Sie wollen. Und Sie müssen natürlich als Mensch interagieren mit einem Programm. Zum Beispiel mit einer Tastatur. Sie müssen auf den Bildschirm gucken. Sie brauchen Speicher, zum Beispiel Plattenspeicher, SSD-Speicher. Sie brauchen irgendwelche Schnittstellen, USB-Schnittstellen, um einen Scanner anzuschließen und 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 und. Genau das stellt Ihnen das Betriebssystem bereit. Das Betriebssystem ist der Mittler zwischen Anwendungsprogramm, das Ressourcen braucht, wie Tastatur und Bildschirm und so weiter. Und vermittelt das sozusagen an die Hardware. In seltenen Fällen kann ein Anwendungsprogramm auch direkt auf die Hardware zugreifen. Das wird aber normal nicht gern gesehen und geht bei vielen Computern und Betriebssystemen auch gar nicht. Also normal ist Gang der Handlung, Anwendungsprogramm mit dem, da sitzen Sie davor vom WinWord, arbeiten. Und jeder Tastendruck auf der Tastatur geht ans Betriebssystem. Und das wird sozusagen, oder besser gesagt, die Hardware der Tastatur kommuniziert mit dem Betriebssystem und das vermittelt hier zwischen Anwenderprogramm und der Hardware. Das ist der eigentliche Trick. Deswegen ist ein Betriebssystem eine extrem wichtige Software. Und da gibt es eigentlich drei Typen von Betriebssystemen. Ich mache das jetzt alles erstmal für den Einstieg ein bisschen einfacher. Wir werden dann im Laufe des Semesters Zug um Zug die Sache ein bisschen tiefer betrachten. Und zwar Single User, Single Tasking. Sie haben nur einen Benutzer, der am Computer arbeiten kann und auch nur einen Prozess. Also ein Anwenderprogramm oder sonst was. Ein sehr typischer Fall ist das frühere PC-Betriebssystem MS-DOS. Oder auch PC-DOS, wie es bei IBM hieß. Vorteil, das ist sehr kompakt und sowas wird auch heute noch für spezialisierte Computer wie Industrie-Controller und sowas verwendet. Nächste Ausbaustufe, ein Benutzer, aber Multitasking. Das heißt, mehrere Tasks und mehrere Prozesse können parallel arbeiten. Typisches Beispiel ist Windows. Das ist ein ganz typischer Fall. Und dann gibt es sozusagen die Königsklasse Multi-User, Multitasking. Jetzt können beliebig viele Benutzer an dem Computer arbeiten. Und jeder Benutzer kann wieder beliebig viele Tasks oder Prozesse laufen lassen. Quasi parallel. Wobei das parallel hier und hier in Wirklichkeit nicht stimmt. Das geht nämlich in Wahrheit so. Sozusagen erst Task Nummer 1 kriegt jetzt Prozessorzeit zugeordnet. Und zwar vom Betriebssystem. Das macht das Betriebssystem. Sagen wir mal 20 Millisekunden. Jetzt rechnet das Programm. Arbeitet für Sie. Zeigt an. Dann schaltet das Betriebssystem weiter zum nächsten Programm. Zum Beispiel zu Excel. Kriegt wieder 20 Millisekunden. Rechnet was. Tut was. Und das geht immer so im Kreis. Dritter Task. Vierter. Dann wieder die erste. Zweite. Dritte. Vierter. Und weil jede Task nur eine ganz kurze Zeit läuft und dann wieder schnell die nächsten kommen, wirkt das auf Sie als Mensch. Als würden die alle parallel laufen. Ist aber nicht der Fall. Die laufen immer nacheinander im Kreis. Das ist auch hier so. Es ist klar. Wenn Sie auch noch mehrere Prozessoren und CPUs drin haben, dann kann man sowas auch parallelisieren. Aber üblicherweise geht das erst mal so. Was ist ein typisches Multi-User-Betriebssystem? Unix. Als ältestes Betriebssystem. An einen Linux-Computer, selbst wenn PC ist, können Sie mehrere Terminals anschließen. Ich habe das früher in der Vorlesung auch gemacht. Noch so vor 15 Jahren. Da hatten wir extra ein paar Terminals besorgt, die angeschlossen. Und dann konnten praktisch an 10 Terminals, die an einem hundsgewöhnlichen PC hingen, der mit Unix lief, konnten alle 10 Studenten daran arbeiten. Das sind typische Großcomputer-Betriebssysteme, MVS, VMS, OS 400 und, und, und. Aber auch übrigens bei den großen Mainframes, die es nach wie vor gibt, die nach wie vor sehr beliebt sind in der Großindustrie, bei Banken und dergleichen, auch aufgrund ihrer enorm hohen Verfügbarkeit. Die laufen auch zunehmend mit Unix-Betriebssystemen. Das heißt, so was hier, Multi-User, Multi-Tasking, sind ein typisches Mainframe-Betriebssystem, alle Unixe. Und rein theoretisch wäre auch Ihr Handy, Ihr iPhone oder Ihr Android-Handy Multi-User-fähig, wenn man mehrere Tastaturen und Bildschirme anschließen könnte. Vom Betriebssystem selbst würde das gehen. Macht natürlich kein Mensch. Unix. Wir haben gerade gesehen, das älteste Betriebssystem ist etwa 1970 entwickelt worden. Und war zunächst in DEC-PTP7-Assembler programmiert und wurde 1973 etwa auf C umgestellt. Dafür hat extra Dennis Ritchie die Sprache C erfunden, als quasi portablen Assembler. Das ist das dienstälteste Betriebssystem und auch es ist so aktuell wie nie. Jedes Handy läuft damit, jedes Smartphone, Tablets, Fernseher, was immer Sie wollen, Internet of Things und, und, und. Unix ist eigentlich ein Oberbegriff. Der Name Unix ist auch geschützt für irgendeine Firma. Der Name wird auch immer wieder mal weiterverkauft. Sie sehen, das ist ein registriertes Zeichen. Ob man den direkt so für was verwenden kann, da kann man schnell auch Ärger kriegen von wegen Namensrechten. Aber ich denke, wir sind hier unter uns und es wird wohl keinen stören. Es ist eigentlich ein Oberbegriff. Eins der berühmtesten überhaupt ist Linux. Sie wissen, Anfang der 90er kam ein finnischer Student auf die Idee, nachdem er sich mit einem Betriebssystem Minix oder Minix befasst hatte, was von dem Informatikprofessor Andrew Tannenbaum geschaffen war. Übrigens ist das Buch auch heute noch sehr lesenswert. Er beschreibt da drin, der Tannenbaum, wie man ein Betriebssystem baut, wie das in sich angelegt ist. Dieses Minix, damit hat der Thorwalds gearbeitet, hat gesagt, das kriege ich selber hin. Das baue ich selber. Aus der ganzen Sache entstand Linux. Ich habe schon 1993 mit der Version Linux, ich glaube 0.9 oder sowas gearbeitet, wurde damals geliefert auf ungefähr 50, 5,25 Zoll Disketten. Das ist nur am Rande. Sie sehen, Unixer enden fast immer auf X. Zenix war eine Unixentwicklung der Firma Siemens. Xenix, halten Sie sich fest, war das Unix von Microsoft. Das wissen die wenigsten heute. Microsoft hat nicht nur Windows und MS-DOS geliefert, die hatten auch eine ganze Zeit ein Unix im Programm namens Xenix. Ultrix war das Unix der Firma Deck. Unicos, fällt mir im Augenblick nicht ein, ist auch egal. Mac OS X, iOS, Android, das sind alles Unixe oder Unixoide Betriebssysteme, wie immer man das nennen will. Und damit werden wir auch noch im Semester ein bisschen zu tun kriegen. Wir werden auch damit mal programmieren. Denn wenn man ein C-Programm, was ja der große Teil unseres Semesters ausmachen wird, richtig programmiert, dann läuft das ohne Änderung auf einem Unix oder Linux, unter Windows oder auch unter Mac. Kein Problem, werden Sie noch sehen. Lassen Sie uns kurz über Programmiersprachen reden. Es gibt hunderte, wie wir schon wissen. Aber sagen wir mal, gebräuchlich und griffig sind eigentlich zwei Handvoll. Die habe ich hier mal aufgeführt. Und zwar Assembler, das ist die älteste. Ungefähr 1950 entwickelt. Die Geschwindigkeit ist extrem hoch, schneller geht es nicht mehr. Das ist die Basis überhaupt. Denn alle anderen Programmiersprachen erzeugen irgendwann Assembler-Maschinen-Code. Das heißt, das ist die Basis schlechthin und deswegen befassen wir uns auch mal eine gewisse Zeit damit. Wo verwendet man es heute? Spiele, wenn es auf höchste Speed überhaupt ankommt. Für Microcontroller, dafür ist es nach wie vor sehr, sehr geeignet. Und wenn es immer um maximale Speed überhaupt geht. Man kann übrigens Assembler-Programme oder Assembler-Unterprogramme auch kreuzen mit C-Programmen oder VATRAN-Programmen. Das werde ich Ihnen übrigens auch vorführen. C-Programm ruft Assembler-Unterprogramm. Das kann man auch machen im Winter. Das ist eigentlich eine sehr, sehr primitive Sprache. Das werden Sie sehen. Und die ist für jeden Prozessor auch anders. Die erste Bruchsprache überhaupt ist VATRAN. VATRAN, wenn man es richtig macht, wird so groß geschrieben, weil es ein Kunstwort ist. Das ist zusammengesetzt aus Formula Translator, Formelübersetzer. Ist 1954 übrigens mal wieder von der IBM entwickelt worden. Erreicht sehr hohe Geschwindigkeiten. Kann man gut lernen. Ist ein Schgriffig. Ich habe also viele Jahre gerne in VATRAN programmiert. Ist dankbar. Ist das Richtige für Technik und Wissenschaft. 1958 hat man die nächste höhere Programmiersprache entwickelt, namens COBOL. Ist auch ein Kunstwort, deswegen groß geschrieben. Steht für Commercial and Business-Oriented Language. Also ist was für die Kaufleute. Hat auch hohes Beat. Ist gut zu lernen. Keine Sache. Bei uns war das übrigens damals so, so Mitte der 70er Jahre, an der Technischen Hochschule Darmstadt. Die Maschinenbauingenieure wie ich mussten fast zwangsweise VATRAN lernen. Die Kaufleute und Wirtschaftsingenieure mussten COBOL lernen. Und die Physiker ALGOL. Die beiden gibt es immer noch. ALGOL ist längst über den Jordan gegangen. Interessiert überhaupt kein Mensch mehr. C, die Sprache ist einfach nur C, weil der Vorgänger B hieß, ist 1970 etwa entwickelt, erreicht sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten, ist für Anfänger nicht ganz einfach. Und deswegen machen wir es dann auch, denn Sie sind doch keine Anfänger. Wir sind doch nicht eine Erfolgshochschule. Wir kriegen das schon hin zusammen. Nur keine Angst. Wird in der Technik gerne benutzt, ist für Grafik hochgradig geeignet, weil alle Grafikbibliotheken, 3D-Bibliotheken, die sind auch in C programmiert. Davon mal ganz abgesehen. Alle Betriebssysteme selbst, auch Windows sind in C programmiert übrigens. Das heißt, wenn Sie mal selbst ein Betriebssystem programmieren wollen, sind Sie bei C richtig. Aber Sie können auch sehr, sehr schöne Anwenderprogramme machen. Es ist eigentlich eine Allround-Sprache. Man kann eigentlich alles damit abdecken. BASIC wurde auch etwa 1970 entwickelt. Wir haben schon gehört, Bill Gates hat damals für den MITS Altair einen BASIC-Compiler entwickelt, zusammen mit Paul Allen. BASIC ist relativ langsam, weil das ist eine sogenannte Interpretersprache. Was das ist, kriegen wir alles noch. Das kann sehr einfach sein, kann aber auch durchaus sehr anspruchsvoll werden. Zum Beispiel Microsoft Visual Basic ist sehr, sehr leistungsfähig und das ist auch nichts unbedingt für Anfänger mehr. Ist eine typische Allround-Sprache. Pascal wurde etwa 1975 entwickelt. Und zwar von einem Professor Wirth in der Schweiz und zwar als Lehr- und Lernsprache. Das ist wichtig zu wissen. Aufgrund der Sprachstrukturen und die werden Sie dann nämlich verstehen, wenn wir uns ein bisschen mit Assembler befasst haben, warum es eben einfach Sprachen gibt, die schnell sind und Sprachen gibt, die langsam sind. Das hängt mit der internen Struktur zusammen. Pascal ist relativ langsam. Auch wenn man es über einen Compiler schickt, ist es relativ lahm. Das kann man sehr, sehr gut lernen. Das ist kein Wunder. Es ist ja als Lehr- und Lernsprache entwickelt worden. Es war eine Allround-Sprache. Das wird eigentlich heute kaum noch benutzt. C++ ist eine Weiterentwicklung, praktisch ein Superset von C, wenn man so will. Man könnte sagen, ein aufgebohrtes C wurde etwa 1985 entwickelt. Übrigens auch an den Bell Labs in den USA, wo schon sozusagen Unix entwickelt wurde. Hat hohe Geschwindigkeit. Ist meines Erachtens sehr schwierig zu lernen, weil es in Wahrheit eine Hybrid-Sprache ist. Es ist relativ schwierig. Ich persönlich habe es nie gemocht, aber das ist eine persönliche Eigenheit. Auch damit kann man wirklich eigentlich alles programmieren. Für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Was immer so will. Perl ist auch eine typische Interpretersprache. Wurde etwa 1985 entwickelt. Ist von daher langsam als Interpretersprache. Kann sehr einfach sein. Kann auch super schwierig werden. Ist ideal für Shell-Skripte oder auch für, ich hatte es schon angedeutet, Data-Mining und sowas. Also wenn Sie große Dokumente haben und wollen die durchsuchen nach Namen, irgendwelchen Kennungen, irgendwelchen Eigenschaften, da ist Perl wie geschaffen dafür. Deswegen werden wir uns das auch ein bisschen anschauen. C-Sharp ist der Konkurrent von Java. Man müsste eigentlich deswegen erst Java oder Java hinschreiben. Ich sage es mal so, es ist auch eine Interpretersprache, relativ langsam. Etwa 2000 entwickelt. Und ich sage jetzt was ganz Gehässiges. Deswegen schalte ich ja auch die Kommentarfunktionen alles hier bei diesen Videos ab. Weil da würden mir wahrscheinlich jetzt viele Leute ins Gesicht springen. Ich finde C-Sharp ist das bessere Java. Das Wort von C-Sharp ist eine Entwicklung von Microsoft. Wohingegen Java ist eine Entwicklung von Sun Microsystems, die längst in Oracle aufgegangen sind. Und ich finde auch persönlich ist es das bessere Java. Ich programmiere gerne in C-Sharp. Von den ganzen modernen Sprachen gefällt mir das am besten. Aber das ist auch wieder persönliche Einstufung. Python hat übrigens nichts mit der Schlange zu tun. Sondern ist abgeleitet von der englischen Komiker-Truppe Monty Python. Deswegen auch Python gesprochen. Ist etwa 1991 entwickelt worden. Ist als Interpretersprache auch relativ lahm. Kann man sehr leicht lernen. Ist gut zu lernen. Ist für Anfänger eigentlich das Richtige. Ist auch eine Allround-Sache. Und für Skripte ganz gut. Ich persönlich bin nicht der Riesen-Fan davon. Aber das muss ja nun nichts sagen. Wir werden auch hier einen Blick reinwerfen. Denn ich mache im Lauf des Winters etwas Besonderes mit Ihnen. Wir machen eine Art Leitbeispiel. Und zwar ein recht kerniges Berechnungsprogramm. Was eine mehrdimensionale Potenzapproximation durchführt. Was das ist, wenn wir alles noch kriegen. Und da wird also wirklich schwere Matrizenrechnung gemacht. Da geht es ziemlich kernig zur Sache. Und das Programm habe ich in C. Das habe ich in Perl. Das habe ich in C-Sharp. Und in Python. Und alle vier zeige ich Ihnen. Da kann man auch sehr gut die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen erkennen. Wie gewisse Dinge dann gelöst werden. Und dann bilden sich einfach selber eine Meinung, was Sie am liebsten benutzen wollen später. Aber Fakt ist eins. Wenn es richtig zur Sache gehen soll, kommen Sie an C nicht vorbei. Und deswegen machen wir das am größten Teil vom Semester. Ersparen Sie mir bitte die Diskussion, dass C++ angeblich besser ist und schöner. Das ist mir alles viel zu doof. Das Ganze ist viel persönliche Geschmackssache. Zum Beispiel der große Charles Petzold. Das ist, den kennen Sie nicht? Schwach. Sehr schwach. Das ist der Windows-Guru schlechthin weltweit. Charles Petzold hat ein Buch geschrieben über Windows-Programmierung, wie man das macht. Und zwar in C. Er hat es dann später auch in C-Sharp rausgebracht und hat im Vorwort geschrieben. Er hat es niemals in C++ gemacht, weil er die Sprache nicht mag. Ich schließe mich dem an. Wir hatten ja schon von Assembler gehört. Jetzt muss man wissen, wenn Sie eine Bewerbung schreiben würden, ich kann Assembler, dann würde jeder Personalbearbeiter oder auch Fachmann, der wirklich Fachmann ist, sich sofort fragen, was für ein Assembler? Welchen Dialekt, welcher Prozessor? Denn jeder Prozessor hat seinen eigenen Befehlssatz. Intel 8086 Assembler vom IBM PC damals, das ist was vollkommen anderes wie ein Motorola 68000 Assembler. Vollkommen anders. Natürlich gibt es Grundbefehle, wie zum Beispiel Move, Jump, Ink, Deck, Leia und dergleichen. Die gibt es praktisch für alle Prozessoren, aber es ist eigentlich was völlig anderes dann, wenn man ein bisschen reingeht. Und um die Sache noch verwirrender zu machen, es gibt für ein und denselben Prozessor, zum Beispiel für den 80386. Jetzt muss man dazu sagen, Assembler ist die Sprache und das Softwareprogramm, was diese Sprache übersetzt in Maschinencode, in nur noch 0, 0, 1, 0, 1, das nennt man auch Assembler. Das ist im Deutschen ein bisschen blöd. Im Englischen heißt es nämlich, heißt die Sprache Assembly und das Programm, was das macht, das ist der Assembler. Im Deutschen heißt es beides Assembler. Das ist ein bisschen doof. Und wir reden jetzt von dem Software, dem Übersetzungsprogramm. Da gibt es zum Beispiel, das werden wir verwenden, in erster Linie den Masen, den Microsoft Macro Assembler. Es gibt aber auch den Nasen mit N, das ist der Netwide Assembler, das ist ein freier, völlig kostenloser. Der kann das auch, hat aber eine andere Syntax. Der Unterschied zwischen hier und hier ist jetzt nicht wie bei der echten Sprache Deutsch und Französisch. Aber sagen wir mal vielleicht wie Niederdeutsch und Bayerisch als Unterschied. Und es gibt einen dritten, den gibt es für alle, den GNU Assembler, den GAS GNU Assembler. Der kann das auch und es ist eine ganz andere Syntax wie die beiden. Das werden wir uns alles noch angucken, bleiben Sie ruhig. Das wirkt jetzt verwirrend, aber es ist ja mein Job, Ihnen das näher zu bringen, dass Sie es auch kapieren. Dafür haben Sie eine Vorlesung. So sieht zum Beispiel typischer Intel Microsoft Assembler aus. Sie sehen da hier, was das alles ist, werde ich Ihnen alles erklären. Kommt in Bälde, immer mit der Ruhe. Sie sehen hier drin nur Push, EBP, Move irgendwas, LEA steht für Load Effective Address. Das sind das Push, Call, Pop, Move, Pop. Hört sich alles sehr, sehr seltsam an. Ist seltsam, aber nur das versteht der Prozessor. Hingegen höhere Sprachen, die sind mehr oder weniger gut menschenlesbar. Ziemlich einfach. Hier ist ein Basic-Programm. Input gibt Zahl, Zahl I. Jetzt rechnen, KSI mal 3. Dreifache zeigt das Ergebnis wieder an. Ende, fertig. Hier als FATRAN-Version. Und Sie sehen, das ist schon ein bisschen umfangreicher. Write irgendwas, Read irgendwas, ist aber alles ziemlich logisch. Hier müssen Sie schon die beiden Variablen deklarieren. I und K. Ich weiß, dass man das nicht wirklich muss. Sei es mal drum. Ist aber auch noch sehr schön menschenlesbar. Deswegen FATRAN mag ich. Empfehlenswert. C, wenn Sie hier gucken, das sieht schon etwas kryptischer aus, das Ganze. Include irgendwas. Void. Hm. Gibt Zahl. Hier Prozent D und I. In Wirklichkeit ist ja C ein portabler Assembler. Das ist natürlich genauso menschenlesbar wie das und das. Aber Sie sehen, das sind schon kleine Feinheiten. Wenn Sie hier zum Beispiel das M-Persend weglassen und das Programm läuft an, schmiert es Ihnen sofort ab. Warum, werden wir alles sehen. Solche Dinge wie hier sowas, das kann Ihnen hier bei FATRAN gar nicht passieren. Da sagt schon der Compiler, weil der viel schlauer ist wie ein C-Compiler, Bub, das geht so nicht, korrigieren, sonst kriegst du es nicht übersetzt. Ein C-Compiler übersetzt Ihnen alles, weil solange es kein schwerer Fehler ist. Der sagt einfach, er wird sich was dabei gedacht haben. Das unterstellt C immer. FATRAN nicht. Ist da viel cleverer. Kriegen wir alles noch. Ehe wir mit der eigentlichen Programmierung beginnen, lassen Sie uns noch mal kurz auf die Hardware zurückkommen. Über CPUs, über die Prozessoren haben wir schon ein bisschen geredet. Jetzt gehen wir mal kurz auf das Memory, auf den Speicher, weil da gibt es eigentlich zwei große Unterschiede. RAM, das ist der Schreib-Lese-Speicher und ROM, das ist der Read-Only-Memory, also der nur-Lese-Speicher. In- und Output kann im Moment egal sein. Nebenbei sehen Sie hier das Bussystem von dem Computer. Sie brauchen nämlich zum einen den Adressbus, um Speicher überhaupt adressieren zu können, also welche Speicherstellen über den Datenbus, werden die eigentlichen Daten hin und her geschoben. Und Sie haben schon gehört, beim Original-IBM-PC war der Datenbus selbst nur 8-Bit-Breit, obwohl der eigentliche Prozessor, der 8086, eigentlich einen 16-Bit-Datenbus hatte. Und der verwendete 8088 hatte eben nur einen 8-Bit-Breiten-Datenbus, damit man praktisch alte Speichertechnologie verwenden könnte. Vielleicht hatte IBM da noch jede Menge übrig, keine Ahnung. Beim Adressbus ist es natürlich DITO. Dessen Breite bestimmt, wie groß der, welchen Speicher oder welche Speichergröße Sie überhaupt adressieren können. Und zum Beispiel mit 16-Bit können Sie nämlich nur 64 KB adressieren. Nach dem Motto 2 hoch 16, aber auf das Thema kommen wir noch. Lassen Sie uns deswegen nochmal die Dinge kurz achten. Über Prozessoren haben wir geredet. Hier ist übrigens ein Original-DI von einem Intel 80286. Das ist ein 16-Bitter. Das war der Nachfolger vom 8086. Der wurde im IBM AT, AT stand für Advanced Technology, verwendet. Und es gab hier natürlich auch wieder einen Grobprozessor 80287. Hier sehen Sie einen der ersten 64-Bit-Prozessoren für den PC-Einsatz, den ATLON 64. Aber auf die Dinge brauchen wir jetzt nicht mehr weiter ein. Dagegen Speicher. Bei den frühen Computern, ich habe das noch live erlebt, in der Technischen Universität Darmstadt, da hatte der Fachbereich Maschinenbau einen sogenannten Fachbereichsrechner, einen Fachbereichscomputer. Das war eine DEC PDP-10. Und die hatte tatsächlich noch sogenannten Kernspeicher. Diesen Ausdruck haben Sie vielleicht schon öfter gehört, Kernspeicher. Warum? Die einzelnen Speicherzellen waren tatsächlich sehr kleine Magnetringe. Und Sie sehen hier so ein Raster, horizontale Linien, vertikale und auch noch diagonale. Und damit konnten Sie praktisch so ein Magnetring, ein Bit, entweder sozusagen als Südpol oder als Nordpol quasi sozusagen programmieren. Das Ganze war winzig klein. Die hatten keinen halben Millimeter Durchmesser. Das können Sie hier in etwa erahnen. Und damit hat man praktisch solche kompletten Speichermodule damals gebraut. Natürlich ist der Speicher, den man hier unterbringen kann, minimal im Vergleich zu heute. Minimals. Dieser sogenannte Kernspeicher mit den Magnetkernen hatte nur einen einzigen wirklichen Vorteil. Der Speicherinhalt blieb erhalten, wenn der Strom weg war. Weil die Magneter ihre Magnetisierung behalten haben. Das ist natürlich alles Schnee von gestern. Mir ging es nur darum, Ihnen mal zu erzählen, wo kommt der Begriff Kernspeicher her. Moderne Speicher sind natürlich Halbleiterspeicher, selbstverständlich. Und die werden auch sinngemäß ganz ähnlich wie eben adressiert, praktisch über Reihen und Spalten. Wie das genau geht, brauchen Sie nicht zu wissen. Hier sehen Sie übrigens einen 1-Megabit-Chip. Und zwar aus der damaligen DDR. Heutige Speicher, wissen Sie, gehen in den Gigabyte-Bereich. In allen möglichen Bauformen. Wie das alles genau intern gemacht wird, brauchen Sie nicht zu wissen. Können Sie auch praktisch überall in Wikipedia und sonst wo nachlesen. Kann ich mir fragen. Was aber vielleicht ganz interessant ist, das alles war Speicher, quasi Arbeitsspeicher. Also mit dem der Prozessor direkt konferiert, während des Arbeiten seine Daten holt und wieder ablegt und dergleichen. Also sogenanntes REM, Read Random Access Memory, also im Deutschen ein bisschen falsch übersetzt mit Schreiblesespeicher. Jetzt gibt es aber auch den ROM-Speicher, Read Only Memory. Da gibt es verschiedene Bauformen. Heute verwendet werden eigentlich nur noch EPROMs. Das ist ein ziemlich altes hier. Das steht für Erasable Programmable ROM. Also sozusagen löschbarer, programmierbarer, nur Lesespeicher. Und zwar bei diesen frühen EPROMs haben Sie die gelöscht, indem hier praktisch in dem Chip ein Fenster war. Das sehen Sie hier. Das war dann mal abgeklebt. Und wenn Sie das mit UV-Licht bestrahlt haben, ungefähr, naja, hing ein bisschen von der Bauart ab, zum Beispiel bis 20 Minuten, dann wurde der Inhalt gelöscht und Sie konnten mit einem Programmiergerät hier wieder das Ding neu programmieren. Für was verwendet man überhaupt so ROM-Speicher? Zum Beispiel für den Uhrlader. Wenn so ein PC oder Computer anläuft, dann muss er erst mal irgendwie gesagt bekommen, dort und dort könnte ein Betriebssystem sein, zum Beispiel auf der Festplatte oder auch sonst wo. Und das macht der Uhrlader. Der läuft als erstes an. Der ist in so einem ROM-Speicher. Heute eher in einem EEPROM. Das steht für Electrical Erasable Programmable ROM. Also der kann elektrisch gelöscht werden. Hier, da muss nicht mehr bestrahlt werden mit UV-Licht. Das kann elektrisch gemacht werden. Und die schnellsten, oder sagen wir mal das, was auch gerne heute verwendet wird, sind die Flash-EEPROMs. Kennen Sie zum Beispiel aus Kameras und dergleichen. Oder zum Beispiel als Zusatzkarte im Handy. Hier, es hängt eigentlich nur mit der Adressierung zusammen, wie die Unterschiede sind. Die hier können relativ oft gelesen, beschrieben werden. Bei denen, die können beliebig oft gelesen, aber nur in einer begrenzten Anzahl beschrieben werden. Das können Sie auch nachschauen. Wir hatten ja schon von Mikrocontrollern gehört. Ich habe Ihnen hier mal als Beispiel einen mitgebracht. Das hier ist von der Firma Microchip. Die hieß früher Atmel. Deswegen steht das hier noch drauf. Ab Mega 1284p. Der hat also einen eigentlichen Prozessor mit immerhin 32 Universalregister. Das ist ein Haufen Holz. Das ist relativ viel. A8-Bit, stören Sie sich nicht an den 8-Bit. Damit kann man sehr, sehr viel anfangen. Und RAM-Speicher hat er 16 KB. Das hört sich sehr, sehr wenig an. Aber für Kontrollzwecke kann man damit sehr, sehr viel machen. Dann hat er EE-PROM-Speicher, 4 KB und hat für das eigentliche Programm 128 KB Flash-Speicher. Das ist auch eine ganze Menge eigentlich in Wirklichkeit. Und Sie haben bestimmt von diesen Arduinos schon gehört. Auf die werde ich ganz zum Schluss der Wintervorlesung praktisch im Bonus-Material eingehen. Wie man mit denen arbeitet. Und mir geht es um den Prozessor hier drauf. Hier ist auch wieder von der Firma Microchip so ein Atmega drauf. Ein bisschen kleinerer, ein 328. Der hat aber auch die 32 Universalregister A8-Bit. Hat jetzt aber nur sozusagen RAM-Speicher 2 KB. Ihre EE-PROM-Speicher 1 KB. Für was nimmt man den EE-PROM-Speicher? Da könnten Sie zum Beispiel Startwerte laden, die nur relativ selten verändert werden. Also zum Beispiel eine Look-Up-Table, um Werte nachzugucken, die sich sehr selten ändern. RAM-Speicher, der wird immer zum Schreiblesen während des Arbeitens gebraucht. Den brauchen Sie in jedem Fall. Und das eigentliche Steuerprogramm, das wird im Flash-Speicher niedergelegt. Nicht hier. Deswegen sind hier eigentlich drei verschiedene Speichertypen drauf. Und die sind eben integriert hier direkt in den Microcontroller. Das Bild hier, wie unterscheiden die sich? Das sind beides dieselben Arduino Uno. Hier ist sozusagen der große Chip mit dem Dual-Inline-Gehäuse. Deswegen ist der relativ groß. Der eigentliche Dye ist vielleicht nur so groß hier drin. Und hier der Unterschied, es ist haargenau derselbe Prozessor hier. Ein 328P, aber sozusagen in SMD-Technik für Surface-Mounted-Device, also der direkt hier an der Oberfläche verlötet wird. Das wird maschinell gemacht. Das ist von Hand unmöglich. Dazu ist das zu klein. Beachten Sie, ein und derselbe Prozessor. Der ist halt nur so groß, weil er hier diese Beinchen außen hat. 28 Stück sind es, glaube ich, auf jeder Seite 14. Und der hat genau dasselbe, aber durch die SMD-Technik kann man ihn viel, viel kleiner bauen. Der Dye hat in beiden Fällen hier und hier dieselbe Größe, wird wahrscheinlich auf derselben Linie hergestellt. Du hast nur am Rande, dass Sie mal sehen, wie klein Prozessoren eigentlich sein können, wenn man sie mit einer anderen Technik verwendet. Das ist eigentlich ein fast, ich will nicht sagen auslaufendes Modell, ist übrigens auch eine Erfindung von der Firma IBM, die sogenannten Festplatten. Warum nennt man die eigentlich Festplatten? In der Frühzeit der Computertechnik konnte man tatsächlich diesen Plattenstapel rausnehmen und dann irgendwo aufheben und dann wieder einsetzen. Davon ist man relativ bald abgekommen, weil dann die Speicherkapazitäten nur sehr, sehr gering sind. Denn es geht hier um maximale Reinheit, was natürlich nicht geht, wenn Sie so einen Stapel ins Freie rausnehmen und irgendwo einlagern und wieder reintun. Heute, bei heutigen Festplatten, weil man sie eben den Plattenstapel nicht mehr rausnehmen kann, nennt man das Festplatte. Hier ist der Schreiblesekopf, das ist praktisch sinngemäß wie bei einem früheren Tonbandgerät. Ein kleiner Magnetkopf, der hier drüber läuft, adressieren werden hier sogenannte Zylinder, also sozusagen selber Radius beim selben Plattenstapel, Spuren, Sektoren und dergleichen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Können Sie mal selber nachlesen. In früheren Vorlesungen habe ich das noch genau erläutert und auch wie man auf einzelne Sektoren zugreift. Stichwort, wie knackt man den Inhalt von so Platten? Wird heute wahrscheinlich nicht mehr gern unbedingt von allen möglichen Seiten gehört, ist auch aus Zeitgründen nicht mehr drin. Das ist eine relativ ältere Platte schon von der Firma Seagate. 3,2 Gigabyte, heute gibt es Platten, die haben 3,2 Terabyte und noch mehr. Es sind natürlich im Vergleich zu solchen Flash-Speichern und SSD-Speichern natürlich viel, viel langsamer. Können aber gegebenenfalls vielleicht ein bisschen länger ihre Inhalte bewahren. So genau weiß man das nicht. Also heutzutage wird noch beides verwendet. Viele PCs haben einen Flash-Speicher, relativ schnell, aber kleiner und für größere Datenmengen dann solche Festplatten eingebaut. Der Trend geht zu vollelektronischen Speichern, wie auch immer. Und auch das sieht auf den ersten Blick wie eine archaische Technik aus, nämlich Magnetbänder. Sie erinnern sich an das Bild hier. Hier Magnetbänder, jede Menge. Hier stehen sie sozusagen. Hier sind die Magnetbandlaufwerke. Lachen Sie jetzt nicht darüber. Denn nach allem, was man hört und liest, ist das eine der mit sozusagen dauerhaftesten Speichertechniken, die man kennt. Also wenn Magnetbänder ordentlich beschrieben werden, die gibt es heute natürlich auch viel kleiner mit viel, viel größeren Inhalten, dann taugen die relativ gut zur Langzeitarchivierung von Daten. Denn, das ist ein Riesenproblem, wie Sie wissen, der ganzen Digitaltechnik, wie kriegt man Daten langfristig und zwar bei Jahrzehnten gespeichert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Die Daten müssen regelmäßig alle fünf oder mindestens höchstens zehn Jahre umkopiert werden und, 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 und. Und da ist eins der sichersten Medien tatsächlich noch das gute alte Magnetband. Das wird auch heute immer noch verwendet, so was. Nur damit Sie das mal gehört haben und sich nicht kaputt lachen, wenn Sie so was mal sehen. Das hat durchaus noch seine Berechtigung für die Langzeitarchivierung. Ich denke, jetzt sind wir ganz gut durch mit der Hardware. Denn Sie werden viele Dinge noch gut brauchen können, wenn wir jetzt ans eigentliche Programmieren gehen. Ich habe das also nicht nur zu Ihrer Unterhaltung gemacht, diese Vorlesung, sondern wir werden das noch sehr gut brauchen können. Ich habe das auch nicht nur zu Ihrer Unterhaltung gemacht, diese Vorlesung, sondern wir werden das noch sehr gut brauchen können. Ich habe das auch nicht nur zu Ihrer Unterhaltung gemacht, diese Vorlesung, sondern wir werden das noch sehr gut brauchen können. Ich habe das auch nicht nur zu Ihrer Unterhaltung gemacht, diese Vorlesung, sondern wir werden das noch sehr gut brauchen können.